Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT Mashup zusammen mit Dalu, Julie, Kapuze, Maru, Payne und ne Katze. Kapuze, Maru, was soll das? Auf jeden Fall erstmal random time! Eskalieren! Gleich haben wir dich Kapuze, weil du gleich aussiehst wie'n Schrader. Nein! Du kannst in die Wasser stecken, ja. Warum nimmt Dalu den Glauben mit? Ja, ja, Dalu ist es möglicherweise. Guck mal nach, die Skelette sind safe. Julie, du bist noch normal, was bin ich? Äh, was? Du bist gestört, was? Ja. Alter, Julie, erschieß dich gleich. Was bin ich vom Bären her? Ja, normalo. Äh, vorne ist, du bringst jemanden tot, ne? Oh! Ja, Julie. Ja. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Alter, Julie! Was ich höre? Ist mir egal, gar. Ja, Alter, da ist ein spooky scary skeleton am rumfliegen. Oben am Turm. Ja, das kill es. Ja, bin dabei. Ist mir schockt gern ein bisschen schwer und wenn das so... Au, au, alter, alter, oben auf dem Turm. Wie, leider liegst du. Willst du dich erschießen, oder was? Nein, er schießt nicht. Jetzt geht er hoch und töte die. Ich töte drei, zwei. Nee! Julie, Alter, du, das war so typisch wieder, Julie bei Jaja. Das war ja so typisch. Julie, wenn ihr nichts macht, ja, und immer auf einen zugelaufen kommt. Ist mir egal. Dann ist die Tee. Alter, Dalu, als ob du mit einer Snipe... Ja, locker. Wow! Hast du mit dir auch solche Hände bekommen, da, dass du wusst, dass du ein Skelett bist? Ja, Maro war ja easy target. Äh, entschuldigung, was meinst du, Maro? Äh, siehst du bei dir selber auch, dass du Skeletthände hast? Nein. Okay, also als Spectator sieht man das dann nachnehmig. Ist mir egal. Bei mir hast du so rote, dunkle Hände gehabt, wie so Zombie-Hände. Nee, nee, ich bin davon ausgegangen, dass ich als Skelett angezeigt werde. Never lucky. Die Runde gefallen. Da war eine Bärenfalle, die war ja auch nicht egal. Ich hab, als ich die Leiter gehört hab, dachte ich, jawoll. Genau aus der richtigen Richtung. Ist mir ja ACRealny. Ey, so... Ich bin so fah. kazi maus kazi maus die dir deine fischisch ich habe sie getötet jetzt auf den der ringer hinter mir ist es hallo maro wie geht es dir ich gehe nach unten das nett vielleicht gehst du aber auch gerade nach oben war super disco kalifragisch superdiskombulator auf einer map wo rundum wasser ist das ding zu stark ich fliege nur ins wasser weg ich war nie auf dem turm ich war an dem turm ich war fein ich wollte dich durch die gegend schleudern so ein bisschen war dass du die eigentlich her maru lag das so rum an julie okay das ist natürlich verständlich immer große explosionskraft das ist ja nett maru du scheinst irgendwie nicht mehr so lebendig zu sein wie du davor warst und kapuze du hast maru getötet das war nicht nett aber er war jack also warum ich war infektet genau und dann mal wo dich zum zeit geschossen wann du julie erschossen hat als er mich erschossen hat jetzt macht es auch sinn wie ich als zombie gestorben bin weil ich kein necromancer mehr hatte bin ich einfach verreckt ich habe auch pein erschossen ich dachte mir lol ich habe so viel erschossen ja ja aber dann ich war ein zombie und dann wurdest du zum zeit und deswegen bin ich gestorben ich bin ich dann gestorben so ich bin durchs haus geflogen ja weil die ding gerade noch ein bisschen braucht immerhin gut wir haben die krankheit ausgelöscht es gibt traitor ja und ein trader muss ja die bären falle ist wieder weg nein ich habe ihn gekillt weil die bärenfalle neu legen wollte hier oben liegt items und was hast du da haben die bärenfalle ahja was hast du da am bein ganz sehr gut bist du ja verrückt ich mach dich jetzt mit random damage fertig ja warte willst du noch einen hast du schon angst ne wo willst du noch wo willst du noch wo willst du noch du weißt du wie die habe hart ich bin ja da würde ich nicht rausgucken was ist das für ein bärenkuss oder ne alter ist schon tot ok wenn du jetzt nicht rauskommst belebe ich julie wieder und knall sie nochmal ab das willst du doch nicht nein aber du kommst ja nochmal wieder inigami bist du hier druppe ich will nochmal zurückkommen du warst schon richtig wülze ich bin unten im keller wülze scheiße jetzt weiß ich nicht mehr wo er ist ok lass ich mich auf den nahkampf ein den lappen mach ich er ist unten im keller ne er ist ganz schön schnell er rennt wieder weg jetzt wird er mir vorbeigelaufen wo bist du denn hä wo bist du wirklich genau da am killer komm doch zurück zum eingang zum höhleneingang ich hab mir appell wo bist du denn ich stand vor dem höhle ich hab dich nicht gesehen ich hab gar nicht was mein ich war sogar ready für nahkampf eine bärenfalle ich bin doch auf die drauf gesprungen warum hab ich sie nicht hier ne ich bin gerade reingegangen wahrscheinlich das war so knapp das war wirklich ey wir hatten infekten jacal zwei traiter und ich war der einzige der nun normaler inno war und nekro nix versammelt nekro hatten wir nicht nochmal separat oder nein nein der infekte ist ja nicht ich war der einzige richtige normale standard inno ich wollte dich zum sidekick machen da du hast überlebt hast hab ich dich gekillt ach also keiner von uns du hast mich gesprengt hast du mich ja ja ich hab dich erst mit der sidekick lang geschossen das hat nicht geklappt dann hab ich dich halt damit gegeben oh sorry warum sorry warte ich heil dich erschreck mich halt nein im gang was macht die random gun random also der zweite schuss heilt hast du gerade damage gewonnen der jetzt heilt nein der heilt nicht der hat mich gewinnt das hat weh getan man das hat weh getan man kann ja nicht sein die heile hat der zweite schuss heilt die heile du hast mich so weg gehauen ich wäre fast gesprungen ich hab doch gesehen maro wollte irgendwas legen nein maro ist es ja ich ja gib ihm die random gun ja ich hab noch keinen hey wenn wir mal nicht langsam töten knallt der andere ab ja mach ich nein du sollst sterben was hat übrigens grad zu töten einer im hau höhlen eingangs ja was auch ich tschuldige tötet habe ich was habe ich denn überhaupt ich habe das maugnet hier guck ich habe ihn da ist halt der ist da da ich mache nils ich mache nils aah das war mein spielzeug war das dein was du hast mir gar nichts gegeben nein das war meiner du hast mir nichts gegeben bitte doch ich hab dir ne glock hingeworfen ja du bist die scheiße natürlich ich hab ne glock nice nice er will ich dann jetzt die taue schmeißen wie sproppen ich war eingefallen dass ich das serverabschluss mache bitte na komm sag kurz wie denn oh du also was lass mich doch hier geradeaus weiter laufen ständigen sie denn ich lauf ins da runter nein sprich da ist da du was war wolltest du mich koopern hat ein neues minecraft video aufgenommen wolltest du mich koopern nein was willst du nur mal was ich ja sonst sonst sage ich was ich glaub sag doch was ok pass auf pass auf pass auf hier geil ne hey ist das was geiles na muss ich zugeben ja der hinter dir ist böse die ist einfach mal nach oben nach oben nach oben er hat mit thomas oder oh fuck was da bei panels leicht ist der nicht was bei panels leicht ist der nicht was der schneit es auf mich jetzt stimmt gleich der item oh nein ich war runter nein nicht in die richtung in der ander Bei Pains Leiche liegt doch ein Loot für dich, Kapuze, ne? Ja, ich hab dich gut, Alter. Ich will leben, ich will leben, ich hab keinen Leben. Fuck, ich hab keine Falle. Wieso wollt ihr mich jetzt töten? Du kriegst Geld. Wieso? Dalu kriegt Geld in der Stirn. Du bist eine Dalu-Card. Dalu, hast du nicht gerade 80 Schaden an mir gemacht, so gefühlt? Nein, Kapuze schießt, jetzt hab wieder seinen Sniper auf dich. Wow, was für ein Backstar. Hi, Maru, was geht? Hi, Items. Jetzt stirb doch einfach, beweg dich kurz nicht. Hilfe doch jetzt, Items, die wollen mich umbringen. Was ist los? Items, wir sind die letzten beiden. Hey, komm, ich hab auch nicht mehr zu denken. Du siehst du, Alter. Maru! Ey, nicht mehr Geld hierher rüber schießen. Ja, du bist es nicht, okay. Hallo, Maru! Wir sind in der Hölle, du Lutscher. Nein, da ist der Strand! Ich wollte uns was. Wem tut das denn, bitte? Ich dachte halt, legend, Maru und du haben einen Sniper-Duell dabei, hat Maru auf mich geschossen die ganze Zeit. Und ich denk so, hey, lass mal Maru helfen, Maru. Es ist halt einfach... Bei Geburt verbrannt worden. Es ist halt immer so richtig dumm, wenn Dalu mit so richtig dummen Toten einfach durch die Gegend läuft und keiner tut was dagegen. Du hast ein Minecraft abbekommen. Das war ja hier ein Unfall. Was passiert hier halt? Ich hab die Denken... Hey, siehst du ein, du warst ein Unfall. So, ich hab das Minecraft selber abbekommen. Einfach nur Spaß. Ja, kein Team Deathmatch. Ja, ist nur Spaß. Oh, hurra! Spaß, Spaß! Kapuze! So viel zynik, in Freude. Du willst du, kannst du das mit dem Minecraft überhaupt? Diskriminator Angriff! Diskriminator Angriff! Diskriminator Angriff! Diskriminator Angriff! Diskriminator Angriff! Hey, Minecraft! Was soll ich denn geben? Gibt's mehr! Gibt's ihn! Gibt's ihn! Hey, Maru! Maru ist es! Oh, oh! Maru hat noch eins! Ich nicht! Rache für vorhin! Da ist er plötzlich tot! Ich brauche einen Tee, okay! Ah, Maru hat geswappt! There you go! Und einer rennt hier weg, ohne zu konfirmen! Maru ist es! 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 Hey! Maru ist es! Maru ist es! Keppteck! Leading! Jawoll! Was ist das denn? Keppteck! Was ist das denn? Was ist das denn? Maru ist es! Maru warst du das? Ich hab kaputt! Ich hab damals lange... Aber ich glaub noch einen! Wir sind echt uns gestorben! Ich wurde von Pain umgebracht, weil wir ineinander gebackt waren. Also okay, dann hast du nur mich gekillt, war ich dachte du hast zwei mit einem Schnelldienst. Oh ne Julie? Die kann man sich merken! Julie, wenn wir Völkerball spielen... Ja toll! Mit nem Messer beim Völkerball bist halt auch Haar im Vortrag! So ein bisschen, ne? Danu redet da aus Erfahrung, oder was? Nee! Was denkst du dir, wie ein Jack hat immer ne Spielhaar gewonnen hat? Der hat nicht mit Coins, sondern mit Messern gespielt! Kommt mir nicht ganz so logisch vor! Der Leuchtturm wird jetzt gehalten! Ja okay! Haltet ihn! Oh! Der Leuchtturm! Hallo Julie! Ich glaub wir sind Traitor unter uns! Oh! Da kommt wer rein! Julie! Ich glaub einer ist es! Oh Gott! Ich bin vereinfacht tot! Das bin ich! Ah ne okay, ich hab noch 90 Leben! Das geht ja noch! Oben im Leuchtturm ist gerade eine Boom-Buddy gelegt worden! Eine Boom-Buddy! Nice! Oh! Ich bin runtergelegt! Sehr gefallen! Danke! Vor dem Leuchtturm liegt wer! Ich glaub einen! Ich geh kurz raus und dann holen wir uns unseren Loot! Kuckuck! Ey! Homerun! Wer war das? Der Maru! Maru ist der einzige der drinnen ist noch! Ich wurde abgeschlagen! Und ich sag nein! Und ich sag nein! Und ich sag nein! Wuuu! Ich werd angellt! Ekelhaft! Ich nicht gewinnig! Was geht hier eigentlich ab? Wurrst du geswappt oder gehört noch geswappt? Kato! Weiß ich noch nicht so klar! Wo bist du Lucha? Kato! Ich kann dir gerne die Tür aufmachen wenn du willst! Kato! Wurrst du! Kato! Ich hasse dich! Convertible Lemon! Hä? Hab ich dich getroffen? Musst es drauf ankommen lassen bei den HP. Oh, Alter. Ich kann nicht raus. Was ist hier eigentlich los? Ich komm sofort, ich heil mich noch grad ein bisschen. Sind ich die Schildkröten? Ich meine Schildkröten übrigens. Wer hat gepuppt? Die Juli hat die Lemon im Wasser gefangen. Richtige Badenixe. Das sah aus wie eine Malone. Alter, was habt ihr denn für Gas abgelassen? Unten und oben. Oh shit, was hast du gegessen, Pain? Das wär gepuppst. Bei dem roten würd ich aufpassen. Alter, das hast du Habele gemacht? Ich hab kein Habele gemacht. Da hat Juli gepuppst. Bei dem ist leider vom Leuchtturm gesprungen. Alter. Ja, jetzt sind wir wieder in einer Zeit. Aber weißt du was? Ich hab nämlich echt was besonderes. Was? Was mein Schwung? Was mein Schwung? Geh mal hin. Geh mal hin. Geh mal hin. Warte, ja. Ich muss sie erst mal kurz beobachten. Ich muss das sehen. Warte, mach mal. Ich guckier wie geheim ich gucke. Und? Ja, das dauert noch. ja doch ich habe eine einweise ich vermisse ich bin mir sicher da links neben dir wirst du wohl nicht war ein fake ist es julie ich wusste gerade passiert eine sekunde früher und kapuze so ausgesehen als wer die golden diegel nicht böse nein 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 hättest mal die dicke waffe genommen um mich zu besiegen die tank engine los habe ich ihn auch wenn das mlg gewesen Nenja, Move. Ja. Bin ich. Ja, nicht. Ich komme nicht mehr raus. Na toll. Wo bin ich? Stuch da rum. Ich habe nichts mit da hochzuschießen. Gerade Knüpfel. Aber das war so knapp. Boah, das war so gut. Ekelhaft. Das war richtig knapp. Letzte. Das kann ich nicht fressen. Letzte Stunde. Letzte. Ich will nicht der Letzte. Pain schiebt jetzt, egal wer es ist. Ist jetzt die Bürgerpflicht des Traders, Pain zu erschießen. Ja, ja. Wer jetzt Trader ist, muss Pain erschießen. Pain, du fucker. Pain, wenn du das selber bist, dann erwarte ich eine Plasma an deiner Schädeldecke. Komm her, Pain. Wo bist du? Warte, warte, warte Kapuze. Kannst nicht, ich bin zu lieb. Egal was da jetzt drin ist, ja. Du, wie ist vielleicht. Moment mal. Wie hast du zwei Granaten? Okay. Ja, das nimmst du hier. Nein, stopp. Nein, nicht bewegen. Ja, was? Nicht bewegen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich verstehe, warum nicht. Okay. Ah, wer denn das ist denn das? Was war denn das? Das ist ... Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Das ist das Vampir, das ist das Vampir-Messer. Es ist Julie. Ah, Julie. Ruhe im Karton. Ich will mein Messer, ich will nur das Messer in den Karton haben. Im Karton, Tom, Tom, Tom. Die haben einen Schwergezogen hinter mir. Julie ist tot. Jetzt geht's dir aber los. Ist er da hier? Mau hat auch ein Messer. Ich hab das Messer von Kapuze. Und hier wurde jemand angepinkelt. Ja, ich war's nicht. Also denk ich, was warst du? Nein. Ich bin im Shen. Ja, ich rede davon, angepinkelt worden zu sein. Nein. Ich bin trocken. Also, sagen wir's so. Dalu hat mich schon geknabbert gehabt. Äh, waren die Schüsse nicht direkt unten? Das ist nicht nett. Ich hab meine Lemon. Komm. Du bist immer noch da oben, ne? Ja, klar. Ich geh das auch nicht anders zu ändern. Nein, nein. Gut, vielleicht ändere ich's. Ich geh das. Ach komm schon. Ich hab doch eindeutig dich aufsammeln wollen. So, jetzt komm. MLG. Wo? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh mich. Raiderraum. Raiderraum? Ja. Nicht richtig, oder? Gerade. Bist ein Scout, ne? Auf Kill, hier. No Scope. Bist ein Scout, ne? Bist 60, Alter. Ah nein, ich fahr runter. Da würde ich nicht runter gehen. Nein. Nein. Da oben. Ich hab überlebt. Unsichtsafe. Gib mir das. Komm schon. Wo ist er? Heide. Willst mich doch nach unten beten mit irgendwer. Nein. Ich komm hier nicht raus. Okay. Gut zu wissen. Bist ja gut wie tot. Ich weiß. Ich hab noch wenig Leben. Ich hab 15 HP. Ja? Okay. Ich hab noch ungefähr so viel Leben wie du. Wenn man's auf dem Prozentsatz von vorher sieht. Mann, ey. Nein. Die Netze. Die Netze falsch geflogen. Die Netze falsch geflogen. Die Netze falsch geflogen. Nein. Wie hoch ist die Schöße nicht selber unbedingt? So ein Klau oder das glaubst du gar nicht wie hoch? Nein. Ich komm da nicht durch. Ja. Was machst du denn du? Ich wieso rauszukommen? Wieso? Daraus bist du leichtes Ziel. Ja. Nein. Ich wollte entkommen. Ich hatte da drin. Ich hatte Angst. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Like. Schauen wir einfach weiter. Ciao. Ciao. The Ukraine's up.